E-Mail ist ein absolut unverkäufliches Produkt. 640K sollten genug für jeden sein. Wer braucht eigentlich diese Silberscheibe? Solarstrom ist doch nur sinnvoll in der Wüste. Regenerative Energien können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken. Ich halte dieses Vorgehen für alternativlos. Jede Alternative beginnt mit einer Idee. Alternativen bewegen Menschen. Alternativen sind oft Katalysator für einen großen Wurf. Alternativen geben Impulse für Veränderungen. Die tägliche Suche nach Alternativen treibt uns an bei AS Solar. Aus Verantwortung für Mensch und Umwelt setzen wir uns für 100% erneuerbare Energien ein. Wir sind ein starkes, engagiertes Team, in dem jeder Einzelne wichtig ist. Die Menschen bei AS Solar bilden das Fundament für unsere seit 2004 erfolgreiche Arbeit an Alternativen. Die Zukunft steckt voller Alternativen, die es zu entdecken gilt. Alternativen geben Antworten auf Fragen, die wir schon immer stellen wollten. Intelligente Ideen sind der Treibstoff für alternative Entscheidungen. Erfolg ist mehr wert, wenn er auf Zuverlässigkeit, Fairness und Kompetenz im Umgang mit seinen Partnern fußt. Alternativen für die Zukunft werden heute gemacht. Wir handeln vorausschauend, ziehen Schlüsse und übernehmen Verantwortung. Gute Alternativen brauchen Raum. An unserem neuen Standort in Hannover haben wir seit 2011 reichlich davon. Vor Jahren haben wir Neuland betreten. Wir sind Entdeckerinnen und Erfinder, erschließen jeden Tag Alternativen. Die richtigen Voraussetzungen haben wir. Kreative Köpfe gewinnen neue Perspektiven. Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Wir schaffen Raum für Entwicklungen, die vorher nicht möglich waren. Offenheit, Perspektiven, Verantwortung. Das macht alternativen Finderpersönlichkeiten aus. Wir blicken über den Tellerrand. Nehmen Impulse auf. Wir kennen den Wert jedes einzelnen Menschen in unserem Unternehmen. Wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Alternativen Finderinnen und Entdecker arbeiten im Team. Keine Zukunft vermag gut zu machen, was du in der Gegenwart versäumst. Wer erst morgen das macht, was heute benötigt wird, läuft der Zeit oftmals hinterher. Unser täglicher Antrieb liegt in der Verantwortung, solare Ideen jedem zugänglich zu machen. Mit Enthusiasmus und unkonventionellem Denken provozieren wir Alternativen. Wir sind weltweit aktiv und vertreiben von unserer Zentrale in Hannover aus Photovoltaik, Solar- und Pelletsysteme und AS-Control an Fachhandel und Installateure. Wir verbinden Markenqualität, technisches Fachwissen und partnerschaftlichen Service zu größtmöglichem Nutzen für unsere Kunden. AS steht für alternative Systeme. AS steht für das Hier und Heute. AS Solar. Alternativen für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020